Servus zusammen, Salve a tutti. Gestern habe ich einen Anruf bekommen, manchmal wieder Goldmacher. Stimmt, habe ich sträflich vernachlässigt, gebe ich ehrlich zu. Werden wir aber auch gleich im Tageschart sehen, warum. Das ist Gold auf Monatssicht. Und so schön, dass es von hier unten hochgekommen ist, es tut sich jetzt hier ein bisschen schwer. Wir haben hier nach wie vor bei 2070 diese langen Widerstände. Im Moment baut es so ein Triple Top. Wir gelten jetzt überkauft, ja, aber das ist überhaupt nicht dramatisch. Was mir nicht gefällt, ich mache das ein bisschen größer. Hier, Moment, komm her. Hier hatten wir einen sogenannten Long Leg Doji. Das war im August 2020 als Signal für eine Umkehr. Hier hatten wir einen Shooting Star, das war im März 2022 als Beginn einer Umkehr. Und im Moment, das sind wir jetzt natürlich hier, im Mai, haben wir, der Mai ist noch nicht rum, am 17. Mai haben wir auch einen sehr schönen Shooting Star. Aus dem Band raus, ins Band rein. Das ist nicht so schön. Gravierend auf Monatssicht wäre es, wenn wir dieses Tief hier, und das ist bei 1950,98, auf Monatssicht unterbieten sollten. Das wäre nicht schön. Dann muss ich davon ausgehen und so lege ich auch die Scheine nachher, dass wir den Bereich hier von der 20-Monats-Linie hier nochmal sehen. Die wird dann irgendwo sein bei 1850 irgendwo dann im nächsten Monat. Aber ich habe von hier noch kein Verkaufssignal. Wenn wir ganz lieb, wenn wir jetzt schon Ende Mai hätten, dann könnte ich das besser bestimmen. Aber das sieht im Moment nicht so toll aus. Einfach wieder gescheitert und ein Triple Top. Auf Wochensicht. Sieht es nicht so schön aus, muss ich auch sagen. Gefällt mir nicht. Wir kommen hier, bekommen ein Verkaufssignal über den Trendfolger. Wir sind negativ über die Stochastik. Wir haben da ein relativ frisches Verkaufssignal bekommen. Auch hier natürlich das Triple Top, ganz klar. Von der Chart-Konfiguration her im Moment, ja, das ist eine Art Shooting Star, aber nicht von der Definition her noch nicht so. Da müsste der Körper ein bisschen kleiner sein. Aber auch hier, die letzte Woche negativ, diese Woche ein bisschen negativ. Jetzt ist es so, deswegen, ich handele ja keine Währung, so gut wie gar nicht. Und ich handele auch fast kein Öl. Beim Gold mache ich zwar ab und zu meine Ausnahme, aber da kam jetzt zum Beispiel vor der Wahl in der Türkei die Nachricht, oder ich glaube, das kam sogar danach, kam die Nachricht erst, dass die türkische Nationalbank da irgendwie 100 Tonnen Gold verkauft hat, um die Währung zu stabilisieren vor dem Hintergrund der Wahl. Ich kann das nicht beurteilen, ob sowas stimmt. Aber hier sind halt, das ist nicht irgendwie ein Fonds, der mal ein bisschen was kauft, sondern hier sind halt wirklich große Interessen dran. Ob das Russland ist, die Türkei oder Venezuela oder wer auch immer irgendwo das Gold benutzt, um irgendwelche Schulden abzubauen. Und das ist ganz, ganz schwierig zu greifen, weil dann reden wir da nicht von ein paar Kilo, sondern da reden wir von Tonnen, also vielen, vielen Tonnen. Und das ist halt so eine Geschichte, das kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich muss mich an den Chart halten. Und der Wochenchart gibt mir hier, das ist die Woche vom 17.04. und das ist ein Low von 1.969, das darf es nicht unterbieten. Dann gibt es dann noch so eine kleine Auffangzone hier, so in diesem Bereich, 19.33, die gibt es. Aber wenn wir eben hier das Low von 1.969 unterbieten auf Wochensicht, muss ich hier mit einem Tuschieren der 20-Wochen-Linie rechnen. Und die ist bei 1.939, steigt aber noch nach wie vor leicht. Das gefällt mir hier auf Wochensicht nicht. Und jetzt der Grund, warum ich keinen Film gemacht habe, das Gold sieht im Moment ein bisschen aus wie der DAX, völlige Seitwärtsphase. Versucht es dann immer mal wieder schnell hoch und dann immer wieder gescheitert. Wir sind von der Technik hier, sind wir auf Tagessicht leicht negativ. Und das hier ist die Linie von 1970, die ich auch eben schon nannte. Da dürfen wir nicht durch, das ist nämlich auch das untere Band. Wenn wir also das hier unterbieten, dann muss ich damit rechnen, dass wir durchaus den Bereich von 18.50, 18.70 sehen. Deswegen, ich habe das mit den Scheinen jetzt mal so gemacht. Ich habe mal einen Call, der ist weit weg, 1800. Der ist hier unten unter der 20-Tage-Linie. Ist momentan völlig uninteressant, würde ich nicht anfassen, aber einfach auf die Watchlist-Linie. Hat momentan einen Hebel von nur 11. Der wird natürlich, sollte man hier runtergehen, relativ schnell deutlich höher. Also den packe ich mir einfach mal auf die Watchlist, dass ich einen habe. Das ist die KH1KFY als Put. Und der kommt dann ins Spiel, wenn wir hier die 1970 unterbieten, habe ich einen, der recht nah hinter dem All-Time-High liegt. Die KH51Y9. Im Moment bei 2083. Der ist also hier ungefähr, da. Weil, da muss ich nicht hier oben irgendwo hingehen bei 2200, 2400. Muss ich nicht hingehen. Da kann ich den nehmen, der relativ knapp dahinter liegt. Aber der wird erst dann eingeloggt unter der 1970-Tagesschlusskurs, idealerweise Wochenschlusskurs. So richtige Signale habe ich nicht, aber diese Seitwärtsphasen haben halt immer das Problem, dass man den Ausbruch nicht gleich erkennt. Weil wir immer halt mal wieder ranlaufen, nach oben, ranlaufen, nach unten. Aber das sind für mich die wichtigen Punkte. 2070, wegen des Triple Tops, was wir schon haben seit zwei Jahren. Und unten die 1970. Das sind jetzt für mich, das sind halt 100 Punkte, aber es ist so beim Gold. Das sind für mich die Punkte, die momentan über den Tag hinaus Wichtigkeit haben. Im Moment muss ich tatsächlich davon ausgehen, aufgrund der Wahrscheinlichkeiten, die ich jetzt auf Monats-, Wochen- und Tagessicht habe, dass wir erst nochmal Atem holen. Hier irgendwo in diesem Bereich sind, rein. Hier so 18, 75, 1900. Ein Short traue ich mir allerdings erst zu, wenn diese Range gebrochen ist. Vorher mache ich das noch nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.